Nachdem wir eine günstige äußere Haltung eingenommen haben für die Meditation, nehmen wir auch eine innere Haltung ein, indem wir uns darauf besinnen, in welch glücklicher Lage wir sind. Und wir kontemplieren all die vielen Bedingungen, die zusammenkommen mussten, damit wir jetzt hier gemeinsam diese Praxis ausüben können. Wir können uns sicher sein, dass alle Samen, die wir jetzt säen, alle heilsamen Samen, auch heilsame Früchte bringen werden. Keine Bemühung, verpufft, nichts ist ohne Wirkung. Vielen Dank. Aber alle Gestaltungen, alle Bedingungen für unsere Rolle, für unseren Platz in der Welt sind unbeständig. Wir wissen nicht, wie lange wir diese günstigen Bedingungen, diese wertvolle Gelegenheit noch haben. Angesichts von Alter, Krankheit und Tod, können diese Bedingungen, diese wertvolle Gelegenheit jederzeit zu Ende gehen. Angesichts der Unbeständigkeit und Vergänglichkeit von allen Gestaltungen werden diese günstigen Bedingungen, diese wertvolle Gelegenheiten, diese wertvolle Gelegenheit zu Ende gehen. Wir wissen nicht, wann das der Fall sein wird. Wir wissen nicht, wann das der Fall sein wird. Wir wissen nicht, wann das der Fall sein wird. Wir wissen, wann das der Fall sein wird. Wir wissen, wann das der Fall sein wird. Wir wissen, wann das der Fall sein wird. Wir wissen nicht, wann das der Fall sein wird. wiederbekommen werden. Sicherlich wünschen wir uns wieder solche Gelegenheiten zu bekommen. Aber nicht bekommen, was man sich wünscht, ist leidvoll. Was wir jetzt tun können, ist die Ursachen sehen für das Erscheinen ähnlicher, günstiger Bedingungen in der Zukunft. Indem wir diese günstige Gelegenheit, diese wertvolle Bedingung jetzt so gut wie möglich nutzen. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Die Gegenwart ist alles, was wir haben. Hier findet die Praxis statt. Gerade heute muss voller Einsatz sein. Das ist etwas, was wir jetzt Vielen Dank. Vielen Dank. Es kann mit unangenehmen Gefühlen einhergehen, die sich auch im Körper manifestieren. Wir können da hineinspüren. Wir stellen vielleicht fest, dass sich das Gefühl doch unterscheidet von dem Gefühl, das mit Abneigung einhergeht. Das Element des Loswerdenwollens ist nicht da. Denn echte Ergriffenheit stellt sich den Tatsachen des Lebens. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir wenden uns jetzt wieder der Körperbetrachtung zu, auf die Art und Weise, die uns am meisten liegt. Körperstellung, Elemente, Atem. Wir wenden uns jetzt wieder der Körper. Wenn uns Gedanken in die Zukunft zerren, können wir schauen, ist das Hindernis der Sinnesbegierde anwesend, ein Gefühl des Mangels, dass die Gegenwart nicht gut genug ist, dass wir ständig etwas machen müssen, uns ständig abstrampeln, um etwas hineinzufüllen. In dem so ist, können wir kontemplieren, dass dieses Morgen oder später vielleicht nie eintreten wird. Wenn das als Antwort reicht, kehren wir wieder zu unserem Meditationsobjekt zurück. Oder wir schauen uns genau an, wie dieses Abstrampeln und ständig etwas tun müssen leidvoll ist. Wenn wir das klar sehen, gelingt es uns leicht, das Mitgefühl für uns selbst loszulassen. Und dann, wie dieses Abstrampeln und ständig ist, das Mitgefühl für uns selbst loszulassen. Vielleicht gehen unsere Gedanken in die Vergangenheit. Vielleicht kochen wir alte Geschichten immer wieder auf. Dann können wir nachsehen, ob das Hindernis der Abneigung vorliegt. Ist da eine Verspannung, ein Sträuben, eine Abwehrhaltung, die sich im Körper manifestiert? Wenn es so ist, können wir mit Liebe und Mitgefühl reagieren. Für alle Personen, die in unseren Gedanken vorkommen. Für die Situation, für uns selbst, die wir in dieser Situation verstrickt sind. Und in Daseinstatsachen ausgeliefert sind. Wir schauen uns an, wie wir selber leiden unter diesem Druck, diesen Spannungen. Das Mitgefühl für uns selbst lassen, lassen wir sie los. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Oder vielleicht fühlen wir uns unter Druck gesetzt, ein Übermaß in Energie, das uns rastlos werden lässt. Vielleicht bedauern über die Vergangenheit. Darauf können wir antworten mit Liebe, mit Gefühl. Vergebung für uns selbst. Vielleicht richtet sich dieser Druck auf die Zukunft, Sorgen um Dinge, die noch nicht eingetroffen sind, die wir befürchten. Darauf können wir antworten. Es ist nicht sicher, dass jemals eintreten wird, angesichts von Veränderung, angesichts des Todes. Oder wir untersuchen das Leiden dieses Dampfdruckkochers, den wir selber anschüren, den wir selber erzeugen. Sobald wir das klar sehen, dass wir selbstverantwortlich sind, gelingt es uns, aus Mitgefühl für uns selbst loszulassen. Das leidige. Das leidige. Und das ist das, was wir den Chefdruck, das ist das Dampfdruck, Das ist das, was in der Fall. aber vielleicht ist in diesen frühen Morgenstunden das Gegenteil der Fall wir haben zu wenig Energie in dem Fall versuchen wir etwas Schwung in unsere Meditation zu bringen indem wir den Fokus ändern uns auf gröbere Meditationsobjekte besinnen indem wir mit der Achtsamkeit in Bewegung bleiben und dann noch ein Stuhl antworten und dann noch ein Stuhl und dann noch ein Stuhl an Vielleicht wandern unsere Gedanken und keiner der genannten vier Gründe ist dafür verantwortlich. Liegt es vielleicht daran, dass wir glauben, es besser zu wissen, dass wir den Sinn unserer Übung bezweifeln, dass wir unsere eigenen Fähigkeiten bezweifeln? Wenn dem so ist, dann können wir versuchen, uns auf die Größe von Buddha Dhamma Sangha zu besinnen. Dem Buddha einen Vertrauensvorschuss geben, um das auszuprobieren, was wir selbst noch nicht kennen. Wir versuchen, das Leid zu sehen, was in dieser Lähmung steckt, die uns daran hindert, vorwärts zu schreiten. Wir versuchen, aus Mitgefühl für uns selbst loszulassen. Wir versuchen, das Leid zu sehen, dass wir dieses Leid bzw. pf. die MDR in den Augen der Vergangenheit und die NDR in die Vergangenheit Die Anwendung von Gegenmitteln, die Untersuchung der Leidhaftigkeit bei den fünf Hindernissen, wenden wir an, wann immer wir von unserer Körperbetrachtung abgelenkt werden. Und wir schauen nach, ob wir sie anwenden können, wann immer unsere Kontemplation nicht besonders scharf und klar erscheint. An dieser Stelle wurden 10 Minuten Stille aus der Aufnahme herausgeschnitten. Wenn du das Retreat nachempfinden willst, kannst du diese Zeit der Stille wieder einfügen, indem du die Pause-Taste drückst. Attachet. Um.. .. .. It… W .. .. It… 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 Wir kehren zu der Empfehlung des Sitzens zurück, der ganze Körper, wer hier und jetzt in diesem Raum sitzt. Es gibt Zeiten im Leben, die sind angenehm und friedvoll. Aber alles ergreifen führt zu Alter, Krankheit und Tod, ist Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung ausgesetzt. Es wird droht von Veränderungen. Wenn wir uns diesen Tatsachen mit Weisheit und Mitgefühl stellen, lernen wir auf heilsame Weise damit umzugehen. Wir arbeiten daran, das Ergreifen und seine Ursachen loszulassen, Stück für Stück. Um somit dem Ende dieser ganzen Leidensmasse näher zu kommen. Wir wissen, dass jede Bemühung in dieser Richtung heilsame Früchte bringen wird. Und wir wünschen, dass diese unsere Praxis nicht nur unser eigenes Leiden erleichtert, sondern auch mehr Helligkeit in die Welt bringt und anderen Wesen zugute kommt. Möge diese Meditation und alles, was ich in diesem Retreat getan habe, um Herz und Geist zu läutern, zum Wohle sein für alle Wesen. Und wir wünschen, dass diese Meditation und Leidensmasse näher zu kommen. Und wir wünschen, dass diese Meditation und Leidensmasse näher zu kommen.